Tag 4 der 12 Wochen Gym Challenge. Heute Pull-Tag und die allererste Übung ist Lattrudern am Kabel einzeln. Eine Übung, die ich absolut nicht verstehe. Ich weiß, sie ist für ein Latt, aber ich verstehe nie, was ich machen soll. Ich fühle keinen Muskel. Ich bin mal gespannt, ob ich es irgendwann lerne oder weinend dem Johannes mitteile und will sie austauschen. Aber all den emotionalen Schmerz, den ich während dieser Übung erleide, wird wieder gut gemacht mit Weighted Pull-Ups. Meiner Meinung nach, die effektivste Übung, alle Pull-Gains, die ich in diesen 12 Wochen machen werde, ist dieser Übung zu verantworten. T-Barrows an der Hammer-Strength-Maschine. Geile Übung, geile Maschine. Rumänisches Kreuzheben. Joa, I'm getting there. Ich fühle so 70% der Wiederholung. Beuger einzeln. Einfach geil. Ich muss sagen, Beine isoliert zu trainieren, macht richtig Bock. Kabel Curls einzeln. Dadurch, dass Arme meine Schwachstelle sind, fahre ich hier ein Megavolumen, mache hier 4 Sätze. Und danach gehe ich noch an die Scott Curl-Maschine und mache auch noch 2 Sätze. Bald, meine Freunde, werden meine Arme nicht mehr meine Schwachstelle sein. Morgen zeige ich euch meinen Push-Tag. Folge jetzt für mehr.